Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz ganz tollen Tag. Ja, ich weiß, es kam lang kein Video mehr und ja, warum wollte ich euch jetzt erklären in diesem Video? Und außerdem geht es darum, dass wir Lennox umziehen. Die beiden Kleinen liegen da auf meinem Bettchen und wir haben gerade ein Paket bekommen von schlummersack.de und ja, darum geht es heute. Also wir ziehen Lennox um. Der Jayden ist schon ganz hübsch angezogen, deswegen denke ich mir, wir müssen nur den Lennox umziehen, welchen Jayden noch so lassen möchte. Und ja, währenddessen habe ich gerade ein Video für euch hochgeladen Shoppen mit Jayden. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Aber ja, wie gesagt, heute geht es darum und ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, mein Lieben, fangen wir an mit dem Labern bzw. ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Ich labere, während ich Lennox umziehe. Das ist doch eine ziemlich gute Idee. Ähm, ja, dann habt ihr was zu tun zum Zuhören und zum Gucken. Ich glaube, das ist ganz gut. Ein bisschen was über meine Lage. Also mein Zimmer ist ziemlich chaotisch. Ich möchte euch gar nicht die Seite hinter mir zeigen, denn ja, ich habe im Moment sehr, sehr viel Stress mit der Schule und ich gehe jetzt auf die Weihnachtsferien zu und es ist alles ziemlich anstrengend. Ich muss sehr, sehr viel lernen, weil wir jetzt die letzten Wochen die ganzen Arbeiten geschrieben haben. Dann geht es mir außerdem nicht so gut, weil ich Verdacht auf Asthma habe und bla bla bla. Also einige Sachen, die immer sehr, sehr schief laufen. Und ja, wie gesagt, ich habe gerade ein Video für euch hochgeladen. Geschnitten schon länger und gedreht auch schon länger. Das war nämlich, ähm, von Black Friday im Ende November, wo 20% auf Haupt M war. Das war sich sehr, sehr gut. Und, ähm, ja, wie gesagt, ein Paket von schlummer-sack.de. Möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Ähm, darf ich, glaube ich, gar nicht. Ähm, ja, und... Dabei gucke ich natürlich Fernsehen und... Das war es auch gerade, also über meine Lage. Also wir haben es jetzt, glaube ich, auch irgendwie jetzt mit, äh, ja genau, halb sechs haben wir es jetzt. Und der Felix kommt gleich zu mir. Der war jetzt, ähm, in Kiel, denn er wird nächste Woche operiert an den Händen. Ähm, ja, genau das haben wir ja auch, ähm, also zu seinen Händen, ähm, im vorigen Video erzählt. Also vom Donnerstag. Ähm, ja. Und jetzt ist halt alles noch schlimmer. Er wird jetzt operiert und so und ist alles nicht so schön und es kämpft mir auch ziemlich an den Nerven, aber... Ja, ist auch, ähm, jetzt nicht so das Thema hier. Also wir werden jetzt erstmal den Lennox umziehen und was er gleich angezogen bekommt, werdet ihr auch gleich sehen. Ich muss jetzt hier erstmal alles startbereit machen, damit ich euch hier irgendwie hinstelle und dann geht's los. Also hier habe ich sehr, sehr schöne... Sehr schönes Licht, oder? Ähm, ja. Das machen wir jetzt. Ähm, und... Ich würde sagen, let's go! So, so mein Lieben, der Lennox liegt hier und ich würde sagen, ähm, wir fangen an. Also was der Lennox anbekommt, ist einmal ein Haut-M-Set und zwar mit so Ohrkern drauf. Richtig Süßes haben wir neu. Ähm, ja, sollte er eigentlich zu Weihnachten bekommen, aber... Ich darfst du mir... äh, du kommst jetzt schon mal an. Und wir haben auch noch andere Geschenke. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich muss ein bisschen mit euch reden, sag ich mal. Und zwar, ähm, geht es ganz doll um das Thema, ähm, ja, ich weiß, ich hab das Thema vergessen. Ähm, genau. Warum mir jetzt so wenig Videos kamen und, ähm, eine große Änderung auf unserem Kanal. Ich hab dazu mal ein Video gedreht, aber das mochte irgendwie mein PC nicht und er wollte es nicht hochladen und deswegen dachte ich mir, die Riesen noch mal ein ordentliches, ähm, wo auch die Kleinen ein bisschen zu sehen sind und so und... Deswegen dachte ich mir, ich mache dieses hier. Ich hoffe, euch gefällt das. Lennox hatte übrigens, ähm, diesen Pulli an von Haut-M. Ein ganz, ganz toller Pulli, finde ich. Ähm, ja, ich mag diesen Schnitt ganz gern bei Lennox und deswegen haben wir den mal gekauft. Auch in einem XXL-Vlog, äh, Haul. Ja, wir haben hier oben übrigens so eine Lampe stehen, damit sie so ein bisschen heller ist. Natürlich nicht in Lennox' Gesicht, sondern eher so hier in dem Bereich. Mein Hund meckert schon wieder, ich weiß nicht warum. Und übrigens diese Hose, ich liebe sie. Schaut euch mal an, die ist so cool. Die ist so lässig und ich mag die richtig, richtig gern. Und, ähm, ja, ich glaube, wir gehen jetzt nicht mehr auf die Kleidung von Lennox ein, sondern gehen weiter in das Thema, ähm, was wir jetzt besprechen wollen. Und zwar, warum kamen so wenig Videos? Ähm, ja, habe ich ja schon ein bisschen am Anfang erklärt. Einfach, dass, ähm, ja, ich viele Probleme hatte jetzt. Dann, ähm, auch, halt Schule extrem durch das ganze Lernen jetzt für die ganzen, äh, Klausuren. Und, ähm, ja, eigentlich, das war einfach ein bisschen zu viel. Und dann ein bisschen, ja, das mit Felix, das zählt halt auch schon an meinen Nerven, weil er jetzt nicht mehr arbeiten kann und auch noch, ähm, ziemlich lang krankgeschrieben ist jetzt. Jetzt trägt er zwei, ähm, Gipse und, ja, das ist halt alles nicht so schön, weil wir halt einfach sehr, sehr wenig Zeit haben und, ähm, ja, wir verbringen halt sehr, sehr gerne Zeit miteinander, kann man so sagen. Und auch die, die gefragt haben, ganz viel in den Kommentaren, das habe ich ganz, ganz viel jetzt bekommen, Kommentare zum Thema, ähm, sind du und Felix noch zusammen? Ähm, ja, sind wir und ich glaube, das bleiben wir auch noch ein bisschen. Also, Videos kamen jetzt lang nicht, weil, ähm, ja, ich halt viel zu tun hatte und so und jetzt kommen aber wieder mehr. Aber durch den ganzen Stress habe ich mir gesagt, ähm, und weil es mir einfach besser geht, wenn ich nicht den Druck habe, oh, du musst morgen ein Video hochladen, scheiße. Ähm, ja, möchte ich einfach, ähm, jetzt nur noch zwei Videos anstatt drei Videos pro Woche hochladen. Und ich glaube, das habt ihr jetzt auch gemerkt, dass einfach keine, äh, Videos mehr Dienstag und Donnerstag kommen, sondern ich möchte das jetzt immer mittwochs machen. Ähm, ja, einfach weil, ich meine, Mittwoch ist ein schöner Tag, dann, äh, ja, haben vielleicht auch ein paar Leute Zeit und, äh, ist so Mitte der Woche. Und dann könnt ihr euch Samstag wieder auf ein Video freuen, ist ja auch immer schön das Wochenende und dann, ähm, glaube ich, ist es ganz gut, weil, ja, ihr habt ein bisschen mehr Zeit, die Videos zu schauen. In der Woche ist es allgemein ein bisschen kompliziert, weil ich halt denke, die Leute haben meistens gar keine Zeit, meine Videos zu gucken, weil ich halt auch so ein Mensch bin. Ich kann auch nur am Wochenende YouTube-Videos gucken, was halt ziemlich schade ist, weil ich meine Lieblings-Youtuberin lehde jeden Tag ein Video hoch. Schnuckelig. Ein ganz süßer, ein süßes Babybärchen. Ähm, ja, reden wir also kurz zu Ende und zwar kommen jetzt immer nur noch Mittwoch- und Samstag-Videos, ähm, einfach auch, weil ich glaube, dass, wenn ich weniger Videos hochladen und nicht diesen Zwang habe, scheiße, du musst diese Woche drei Videos hochladen, wie sollst du das alles unter die Kette kriegen. Ähm, ja, vorher war es okay, ich habe ziemlich viel vorgedreht und dachte mir, okay, dann bist du ein paar Wochen ausgesorgt, aber genau diese Videos sind jetzt alle vorbei und die habe ich nun mal alle nicht mehr. Ja, und jetzt muss ich halt immer neu drehen und dafür habe ich halt kaum Zeit und das alles mit dem Schneiden und so, äh, ist auch alles kompliziert und, ja, deswegen, ähm, dachte ich mir, die Videos werden dann auch schöner, weil ich einfach mehr Zeit in die Videos stecken kann und, äh, mehr Ideen und auch Kreativität und jetzt ist es einfach nur, ähm, eine Sache von Stress und, äh, einfach der Druck, dass du, dass ich es machen muss. Und das tut mir, glaube ich, auch alles nicht gar nicht gut und das möchte ich auch gar nicht mehr so, weil das ist hier mein Kanal und, äh, einfach eine Sache, die ich mache, weil ich für euch etwas da draußen tun möchte und nicht, weil ich das irgendwie, also klar, es ist mein Hobby, es macht mir super viel Spaß, also YouTube ist schon ein großer Teil meines Lebens jetzt geworden, aber ich möchte mir halt nicht sagen, dass, äh, ich das halt muss, sondern einfach, dass ich es kann. Ich kann es und muss es nicht und das ist mir halt ganz, ganz wichtig, ähm, ja, und deswegen kommen jetzt halt einfach nur noch zwei Videos die Woche, aber ich glaube, das wird euch auch besser gefallen und das kam auch ganz, ganz oft unter den, ähm, Video Spazierengehen mit Lennox, ähm, ja, weil es einfach besser ist. Also ich glaube, die Videos, ähm, werden schöner und interessanter für euch und ich glaube, das ist dann auch mehr von Vorteil, als wenn ihr jetzt sehr langweilige Videos guckt und, ähm, ja, ich glaube, deswegen wird es ganz gut. Und ich hoffe, äh, euch stört das irgendwie nicht, dass ich jetzt nur noch ein, zwei Videos pro Woche hochlade. Es sind ja immer noch genug, ich meine, das sind immerhin, äh, acht Stück im Monat, äh, das sind schon, ähm, Peter. So, meine Lieben, ich glaube, ich habe gerade eine Tür gehört, das heißt Felix kommt und deswegen sage ich jetzt ganz, 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 tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und, ja, da unten liegen die beiden Kleinen. Ich zeige euch nochmal einen ganz nahen Anblick und zwar kuscheln gerade ganz, ganz, ganz rüst. Stopp mal. Der Lennox kuschelt und küsst den kleinen Jaden. Der Jaden hat seinen Overwall an und, äh, ja, der Felix kommt. Oh shit. Warten wir mal. Hallo? Hallo? Ist das alles da? Ja, hallo. Ja, ähm, gut. Bevor, ähm, Felix noch denkt, äh, ich habe gerade erst angefangen, äh, äh, sagen wir tschüss und zwar, ähm, ja, bis, äh, Donnerstag, äh, bis Mittwoch. Boah, mein Liegen. Und, äh, ja, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020